so einen wunderschönen guten tag bei uns ist die dance ich muss mal ein bisschen kleiner machen weil normalerweise wird so nennt sie hat bei unserer super tollen aktion mitgemacht dass du jetzt sage ich und sie hat was ganz tolles mitgebracht und zwar einen traumhaften was ist das frankfurter kranz nach homas rezept nach homas eier und schmalz butter und salz was steckt da alles drin ein du musst du bist jetzt der testung gemacht hast unglaublich viel butter und vanille pudding und rum und das ist auch noch zum rumkugeln finde ich super also wir freuen uns da ihr sie nicht drüber eine richtig tolle sache und riecht auch sensationell und jetzt eine alte mandel finger weg da richtig schön schmeckt gut also ist empfehlen werden sich alle drüber freund der löst heute übrigens vom kuchen verkauft ist heute für das blassorchester sedelsberg die werden sich alle darüber freuen und daher müssen alle jetzt ganz viel kuchen kaufen und essen und kaffee und so weiter so schönen tag und viel spaß zusammen tschüss